So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, ähm, ich spiele immer noch mit denselben Sachen, Grafikeinstellungen und so, hat sich leider nichts geändert, weil es ist nämlich ein kleines Problem entstanden. Also, während ihr jetzt wahrscheinlich nur zwei Minuten gebraten habt, um vom letzten Video auf dieses Video zu kommen, hat's bei mir eine Woche gedauert. Ja, und die anderen Videos sind deshalb noch nicht draußen, weil ich kein Internet hab. Also, ich muss erst warten, bis das Internet wieder funktioniert und so lange kann ich sie leider nicht rausstellen. Deswegen drehe ich jetzt einfach schon mal ein paar vorab und es könnte ein bisschen länger sein von dem Datum heute. Also, heute ist hier der 8.2. und deswegen könnte es ein bisschen später werden mit den Videos. Aber, bitte nicht aufregen. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, also, wir waren dabei, ähm, ich glaub, Sand abzuernten. Also, wenn ich jetzt nicht wirklich mehr auf dem neuesten Stand bin, würde sie nicht wundern, ist ja eine Woche vergangen, wo ich das letzte Mal hier LP-Videos gedreht habe. Ja, genau, wir wollten Glas. Und für Glas brauchen wir ja Sand, 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 Sand. Da ist auch schon Sand. Ich nehme am besten das Sand hier, das sieht man nicht so von unserem Haus aus. Ja. Soviel zum Thema, ich will Sand holen. Gehen wir mal hier runter. Ah, hier ist nix. Okay. Ja, ähm, wir haben Erde genug. Kann ich mich hier eben hochbauen. So, nup, 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 komm. Komm jetzt. Öp. Ey. Block. Zack, zack, zack und zack. Hier mal dicht machen. So, dann ernten wir jetzt mal hier den Sand ab. Das geht mit einer Schaufel viel schneller. Deswegen hab ich mir eine Schaufel gecraftet. Ich hab keine Lust, so zig Stunden jetzt zu warten, um den ganzen Sand abzuernten. Ich werd jetzt einfach mal nur so viel Sand abernten, wie die Schaufel aushält. Zack, 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 ja. Jo. Ja, worüber könnte man reden? Ähm. Ja, also. Keine Ahnung. Ja, mal gucken. Wollen jetzt hier erstmal weitermachen. Bisschen Sand abernten und so. Ist ja auch gleich vorbei mit der Schaufel. Ja. Also, es würde mich noch immer interessieren, was ich alles bauen soll. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich bauen soll, schreibt's mir in die Comments. Oh, hier haben wir Sandstein. Oh, das ist aber... Das hab ich bisher auch noch nicht gesehen, dass an einer Sand... Also, dass bei Sand Sandstein ist. Das ist für mich neu. Das hab ich bisher auch noch nicht gesehen. Zack, zack, zack. Vielleicht sollte es auch mal so ein kleiner Hinweis sein, wenn ihr mir Änderungsvorschläge macht. Ich habe nicht die originale Version. Ich spiele mit der gecrackten Version. So, und da ist auch schon hin die Schaufel. Also, wenn ihr mir jetzt Vorschläge hingeschrieben habt, die für das Original Minecraft sind, kann ich die wohl... Ich werde versuchen, sie auszuführen. Oh, ist das... Das ist Eisen. Oh, das ist schön. Aber die haben noch eine Steinspitzhacke mit. Warte, dann machen wir erstmal was anderes. So. Ja, also ich könnte... Ich kann das nicht sofort ausführen. Da es halt, ähm... Die gecrackte Version ist. Und deswegen kann ich nicht wirklich versprechen, dass, was ihr mir reinschreibt, hundertprozentig funktioniert. Ja. Aber ich will mal hoffen, ihr habt vielleicht noch Lösungsvorschläge für die gecrackte Version. So, dann machen wir mal Thema weiter hier Haus. So, jetzt werden wir erstmal hier... Ach, Höhle-Tür. Erstmal hier den Sand reinpacken, während das zu Gange ist. Heute mache ich mal ein ordentliches Dach. Hier die Höhle, die werden wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Ja. So. Dann ernte ich mal ein bisschen. Was ich auch letztens gesehen habe, also jetzt gerade mehr gesagt, unsere Bäume sind schon gewachsen. Das ist super. Ja. So. Zack, 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 zack. Und jetzt habe ich gerade ein kleines Problem. Ich habe mir nicht vergessen, meine Stoppuhr zu stellen. Deswegen werde ich jetzt nur bis zur nächsten Nacht spielen. Und dann die Folge auch beenden, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange, ja, die Folge geht. Deswegen einfach nur bis zur ersten Nacht und dann, also bis zur kommenden Nacht. Und dann mache ich die Folge Schluss. Und in der nächsten Folge geht es halt wie ja die regulären 15 Minuten. Ich glaube, wir holen uns noch einen Baum. Noch ein Bäumchen abholzen. Ich hoffe, bei euch liegt auch schön viel Schnee. Also ich mag Schnee. Schnee ist einfach das Schönste. Ja. Schade, dass es leider keine weiße Weihnachten gab. Da war ich ein bisschen bedrückt. Weil ich möchte doch schon gern zu Weihnachten weiße Weihnachten haben und nicht graue Weihnachten. Ja, so, jetzt haben wir uns neues Holz geholt. Daraus werde ich jetzt Treppen machen, damit wir uns ein schönes Dach machen können. Ich werde das Haus sowieso irgendwann weiter ausbauen. Aber momentan halt erstmal nur fertig hier. Dass das einigermaßen wird. So, 11 Glas haben wir schon mal. Packen wir nochmal neues Sand rein. Neuen Sand. So, und jetzt machen wir hier dicht. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und da sind wir schon out of Glas. Dann craften wir uns jetzt mal ein paar Treppen. Also, so und so. Haben wir schon mal ein paar Treppen. Dann hier nochmal, hier nochmal, da nochmal. So. Die können wir rausnehmen. So, mit den Treppen. Dann machen wir uns jetzt ein kleines Dach. Da, da, da. Ich mach immer ein Spitzdach. Bei mir sieht das besser aus. Also, finde ich sieht besser aus. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt, dieser, dieser Eckbalken. Ja, der Eckbalken hat geklappt. Super. So, und das geht jetzt einmal komplett rund um das Haus. Aber ich glaub, dafür werden wir die Treppen, die wir hier jetzt haben, nicht ausreichen. Ich glaub, wir müssen da nochmal neue machen. So, zack, zack, zack. Ach, falsch. Das tust du nur. Wieder. So, zack. Und zack. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich da hochkomme. Vielleicht. Nein, schade, das geht nicht. Dann nehmen wir einfach unseren, machen wir uns einfach einen Dreckhaufen. Um da hochzukommen. So. Und weiter geht's mit dem Dächelbau. So. Ähm, wo soll ich hier einen hin? Da wieder hin? Da hin? Und da hin? So, jetzt sind wir schon, haben wir schon keine Treppen mehr. Ja, äh, das schwarze Schatten, der lädt das nicht richtig, den Schatten. So, äh, dann machen wir hier. So, 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 dann kann ich da auch wieder hoch. So, gucken, wie viel Glas wir jetzt haben. Jetzt haben wir wieder 13 Glas. Brauchen wir das nächste rein. Ich brenne jetzt erstmal einfach den ganzen Sand zu Glas. Scheiß erstmal auf die Kohle. Finden wir noch genug. Da werden wir uns sowieso bald hinbegeben in eine Höhle. Damit wir neue Kohle finden. So, ah, scheiße. So, jetzt haben wir erstmal das schon mal fertig. Jetzt haben wir hier unsere kleine Behausung. Ist zwar klein, aber wird ja noch. So, ja, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns, ähm, naja, noch nicht fast. Ich will jetzt erstmal noch einmal einen Baum abernten, damit ich genug Holz habe. Weil, falls es passieren wird, dass wir da unten Kohle und so finden, dann bleibe ich auch am besten gleich da unten. Und, ja, sozusagen, will ich mir dann da unten eine Workbench craften, damit ich da immer sofort alles sofort hinkriege. Damit ich nicht immer wieder hochrennen muss und so. Ja. So, jetzt würde ich mir hier eben den Baum suchen. Da ist er ja. Zack, 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 zack. Dann hier einmal. So. Reinschlüpfen. Tja, oh, das war's schon. Naja, egal. Wir brauchen ja sowieso nicht so viel Holz. So, die verarbeiten wir dann gleich mal zu Holz. So, jetzt bringe ich die restlichen Sachen noch weg. Und dann begeben wir uns auch nach der nächsten Nacht, weil die Sonne geht schon unter. Dann werde ich hier jetzt gleich die Folge beenden, da ich ja so clever war und keine Stoppuhr aktiviert habe. Türen auf. So, dann packe ich jetzt die ganzen Sachen hier rein. Äpfel da rein, die da rein. Gucken, was unser Glas macht. Packen wir die da noch rein. Das Glas holen wir dann da noch raus. So, das Glas hier hin. Sand da hin. Die Bretter nehmen wir mit. Das und das mitnehmen. So. Ja. Ich brauche jetzt nicht schlafen gehen. Wir gehen ja nur in den Mund. Ach, genau, was ich noch machen wollte, habe ich ganz vergessen. Ähm, genau, hier so, da, da. Habe ich jetzt die Sticks da rein? Ja, habe ich. Brauche nur einen Stick. Weil, wenn wir jetzt da runter gehen, wollen wir ja auch richtig spielen. Hey. Lass mich raus. So. Beleuchtung müssen wir auch noch alles machen. Ich gehe jetzt eben zur Höhle. Und dann beende ich auch die Folge. Aber, wer ist jetzt zur Höhle? Hier haben wir sie. Haben wir den Abgrund. Den endlosen Abgrund. Ja. Und da unten sieht man halt, da ist unsere Mine, die wir besuchen wollen. Und da schwirrt eine Fledermaus rum. Ich werde jetzt noch versuchen, hier runter zu kommen. Ja. Das machen wir. Versuchen wir natürlich episch. Epischer Sprung! Oh, überlebt. Mit Glück. Ha, Luck. Da hinten sieht es aus, als wäre da hinten auch noch. Und hier haben wir auch schon unsere erste Lava. Das ist ja super. Kann ich mir auch bald die lang ersehnten Lavaspots. Die wollte ich schon immer mal machen. Die habe ich bisher noch nicht gemacht. Die werde ich machen. So. Vor dieser Kiste bleiben wir jetzt stehen. Und hier beende ich das Let's Play. Was in der Kiste ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin. Bis dann. Euer Black Dye LP.